Oh mein Gott, Freunde, wir machen eine Husky-Tour. Ihr habt euch das alle gewünscht, deswegen mussten wir jetzt erst unsere Schutzkleidung anziehen. Danach wurden auch schon die Huskys angezogen und nacheinander aufgereiht. Die können einfach mal über 1000 Kilo ziehen und das war unser Schlitten. Und dann ging's auch schon los, aber ihr glaubt mir niemals, was dann auf der Tour passiert ist.